Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dragon Quest 8. So, wir waren jetzt zuletzt in der Kirche und wir wollten weitergehen, da wir Jessica besiegt haben, mit dem Jungen gequatscht haben. Jetzt muss ich, glaube ich, weiter hoch war das, ne? Ja, weiter hoch. Jetzt müssten wir oder sollten wir vielleicht, äh, ich drücke mal Select. Das ist aber falsch, ich muss Kreis drücken. Äh, an dieser Eiswand vorbei, oder? Äh, Teleportation. Ah, ne. Aber wo ist der wohl? Hm, ist er noch in der Stadt oder ist er komplett weg? Äh, miese Lex. Aber ich glaube, ich sollte mal das Bild ein bisschen verkleinern, so. Ich habe das auf groß gemacht, Vollbild, aber gefiel mir jetzt nicht mehr ganz. Hm, doch wo ist das Tierchen? Ja, möglich wäre wirklich die Eishöhle. Vielleicht hat die was gesehen. Nach groben. Ich weiß eh nix. Hm. Ja, dann gehen wir mal da lang. Wie wäre jetzt die sinnvollste Schlussfolgerung, klein zu gehen? Was anderes wüsste ich nicht. Hm, ne, den habe ich ja eh freigelassen. Und wenn wir mal Baumwenn... Baumrennsglocke benutzen. Erde gehts in die Ghonni. Du, 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 du. Ich geh ein bisschen fixer. Tu, 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 tu. Und die ersten Mops wieder. Ja, dann können wir... Naja, es sind mehrere... ...zauber. okay da können wir die mitmachen kümmern uns die und der macht den multischuss dann haben wir eigentlich glaube ich alle gut besiegt naja 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 der schmor oder erst und tschüss die animation ist der hammer aber nur so wenig schaden okay ein bisschen wenig würde ich sagen und tschüss einmal nummer down ok da machen wir kreisfäger vielleicht die sense hinterher und normalen angriff auf die einzelne die sollten eigentlich tot gehen verdammt viel schaden das ist enorm und flash sind fast gleich auf ok da und oder wie viel money haben wir denn eigentlich 5000 ok jetzt reite ich mal hier ein bisschen außerhalb und wer seht ihr noch monster oder kisten das könnte interessant wer reich normale angriffe 62 schaden er hat aber auch gut geein geholt da sollte jetzt dauern sein na ja heute wird es gar gut ich würde sagen eine runde heilen alle heilen das flash mehr hat als schenke ist ok wird nichts daran verändert oder irgendwas gemacht dass er mehr bekommt bin ich ein level höher aber dennoch ein bisschen genau ok 13 so siehst du das meiste ein abgeschlossene trug für mich silber terrier wird er wohl im beutel sein da haben wir schon zwei stück von ok sind noch andere sachen da müssen wir mal gucken wieder was ich in bottig reinschmeißen kann habe ich irgendwas das auch ein könnte aber labpulver haben wir labpulver mal nicht drachencode wir haben gar nicht so viel momentan so wieder entweder eine stadt haben wo wir einkaufen können monster da habe ich gar keinen bock drauf dann lass das team ruhig machen dithat auf doppelte angusskraft 25 hallelujahzeuge er kommt jetzt gleich da und sein ja meins jawohl so darf das weitergehen hallkraut kann man vielleicht zusammenschmeißen ja habe ich da wieder zwei im lager erstatten so das fährt lassen stein da ist die kirche und da ist die hülle und ja da kommt roll dann machen wir einen schnellen kampf hier 69 auch schon her wieder für aber bitte nicht wow 227 geil hatte man jetzt haben wir doch klein dickerchen obi dabei vor was denn ich kann auch ruhig noch da sich ausruhen die wollte auch ähnlich mit ne kreisfäger machen wir alle gruppenangriffe was haben wir hier noch glaube ich so aus naja so aus hier greift ja alle an warum machen wir so viel schaden mittlerweile ist auch schon heftig so eine neue rüstung haben der erste müsste dauernd gehen so nix 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 down so ab in den tunnel rein ne immer noch nicht oder ne zu kalt ab zurück in die herberge würde ich sagen piran bucht akkadia so dann gehen wir mal in die stadt rein ja da müssen sie mitnehmen aber wo wollen wir denn hin wo war denn die herberge ich glaube ein stadt weg über uns hier aber die wollte doch nicht mit wir sollen doch den stadt suchen aber naja das ist nicht da ist er innen ist er die herberge die herberge die herberge Wir sollen David retten. David ist unten. Warum wir den retten? Willen nicht. Wir haben noch ein bisschen Halkraut hier. Können wir uns einfach ein bisschen verbraten hier. So ein bisschen da wegkommen. So ein bisschen Platz im Winter schaffen. Sollen wir jetzt David retten oder sollen wir vielleicht noch zum Opa da gehen? Das ist voll verwirrend. Ich weiß nicht. Äh. Okay. Auch nicht hier. Wenn ich da hingucken. Ja. Ja wo ist der Knallkopf jetzt hier? Ist auch nicht auf. Äh. Wo sind die denn? Der ist ja jetzt in der Kneipe da unten oder? Wo ist er? Hier. Ne. Hier ist er auch nicht. Der ist doch nirgends so im Haus zu finden. Und hier ist ja auch nichts oder? So ein Napf. Den können wir nichts anklicken. Ja beim Essen. Ja super. Das Problem ist, der Alte hat keine Tünen hier. Nur die und da ist nix mehr. Muss ich jetzt jedes Haus durchgucken? Sollte ich eigentlich nicht. Und so ein Haus ist auch immer verdächtig, was so hinten in der Ecke ist. Ah. Okay. Das ist ja das gewesen. Äh. Ja. Ja. Okay. Der such den auch. Saffenschmied. Hm. Wird das Großkotz hier was? Auch nicht. Ach man. Das ist mir sehr blöd jetzt gerade. Ja. Starke Arznei. Das wusste ich ja. Eine starke und eine starke zusammen. Er kann doch jetzt nicht verschwunden sein. Und zum Brunnen will ich jetzt auch eigentlich nicht. Weil das glaube ich, das hilft uns auch nicht weiter. Da was zu suchen. Ja und da will ich noch nicht einkaufen. Da will ungern einkaufen. Wegen dem Grund, dass die nächste Stadt uns Sachen bringt für diese Ebene. Das Kind. Ich glaube nicht, dass er irgendwo in einer Hütte ist. Das wäre ja Schwachsinn. Warte mal, ich kann doch pennen über Nacht. Die Überlegung passiert in der Nacht was anderes, als wenn ich morgens bin. Nee, ich muss ja eh rein. Es ist Nacht. Das ist die Frage. Okay, hier sind alle da. Das ist komisch. Warte mal, wir diskutieren uns mal zur... Ah, wie heißt das da? Magische Quelle. Da ist er. Das ist ja jetzt die einzige Lösung, die ich hätte jetzt noch. Mal gucken. Aber sonst? Hm. Keine Ahnung. Ich bin recht hoch. Ich habe noch einen gooden Wort. Ich habe gerade 18 Jahre nach. Ich hatte hans Garten für eine Objektivität. Ich記iere die erste Mal, dass du zum Kastemon gekommen bist. Wir waren nur acht Jahre alt. Du warst ein Orphan. Also, du lebte in der Kasse. Eigentlich habe ich ein Geheimnis. Es war ein Weg, um dich näher zu mir zu bringen. So können wir... Oh, mein Freund... Hallo, Herr Staatsmann. Ich spüre dich an.